Sala, wir kommen zurück zum Marskern. Hey, wer bist du? Du darfst nicht hier sein. Der Zugang zur BFG 10.000 liegt jenseits dieser Einrichtung. Irgendwann ist noch alles grün. BFG 10.000 wird abgefeuert. Was? Oh ja. Die Energiequelle der BFG 10.000 dürfte dich ebenfalls interessieren. Oh ja. Ich glaube, die haben Angst vor mir. Hm, was ist das? Achso. Habe ich irgendein Tier? Renn ich hier gerade nur in aller Ruhe. So. Hm. Oh, ein Pinky. Das ist nicht gut. Wie gemein eigentlich, ne? Das sind mir so Pinkies zu machen. Ich finde das nicht fair. Warum machen die sowas mit mir? BFG 10.000 wird abgefeuert. Keine Zille mehr? Bin mir mehr verwirrt, wenn ich aus meinem Blutnebel aufwache und auf einmal sind da keine Gegner. Ist das ein Teleporter? Ah, Union Aerospace. Ich habe letztes Mal schon festgestellt, dass die Typen hasse, ne? Der letzte war irgendwie schwieriger von der Sorte. Ich wäre gerade so ein bisschen überrascht, dass der schon down ist, ne? Ups. Wie oft die denn abgefeuert wird? Also das ist so Energiepodium scheinen die für die Waffe nicht zu haben, so wie es aussieht, oder? Das wäre irgendwie so ein bisschen der erste Video mit diesen behinderten Feuermörder gewesen, ne? Davon ist wieder so. Da könnte ich dann gleich mal die Frage stellen, ob das doch das richtige Ding, das ich eigentlich haben möchte. Ja, nichts zu übersehen. Na, eine Falle? Na, naja. Also, hä? Aber wo kann ich die denn überhaupt noch machen? Weil, das ist, an meiner Basis habe ich zwei davon. Dann brauche ich die nicht wirklich, oder? So wie es da aussieht. Oder? Naja, mal gucken. Gibt es einen Notfall? Wählen Sie einfach dreimal die sechs. Und ein UX-T-Repräsentant steht Ihnen gerne zu Diensten. Dreimal die sechs. Das ist immer noch eine UX-T-Einrichtung, höre ich da raus. Oh, komm, Munition. Scheiße, ich hatte dreimal Sprit. Nee, so. Ich würde das bestimmt bitte nicht bereuen. Ist das jetzt... Oh! Das könnte mein letzter sein. Jawoll! Oh, die Idioten schon wieder. Nimm die X! Schießt denn die noch ein bisschen? Oh, ne. Die wächst da schon wieder. Oh, die hasse ich ja. Ich wollte doch noch was Kleines hier. Ah, guck mal. Bis. Wie? Kein Ziel. Ich stehe direkt vor ihm. So, wo war ich denn jemanden Raketenwerfer? Ähm, ähm, ähm. Die tun wir auch. Die patschen immer so schnell, wenn man die einmal... Warum warnt das Ding eigentlich davon, wenn die BFG 1000 abgefeuert, äh, 100.000 abgefeuert wird? Was für die Energiequelle ist? Mag man sich fragen. Naja. Wenn ich vorhin das Scheißding halt andauernd hab, ne. So, gefühlt alle 5 Minuten. Äh, alle 5 Minuten, alle 5 Sekunden. Extra... Extra, extra lives. Sondern insgesamt 20 extra Lebens in der einzigen Spielstelle. Na gut, das war jetzt nicht so schwer. Hab ich ja noch so gesehen. Bin ja immer ein bisschen hinterher, ne. An sich könnt ihr ja einfach durchrennen, das später machen, ne. Warte mal, hier, kommt mal her, Leute. Ich muss doch hier noch, äh, Überladungsmeister werden. Das wird man nicht, indem man das, äh, nur alle 2 Minuten macht, ne. Mir finde ich hier auch überraschend viel Platzwarmunition. Die Platzwarmunition ist anscheinend, also die, die Standardwaffe, der ist... Oh, die Kindheit, das sieht nach richtig krass nach genau aus hier. Oh, ne. Das hat hier aber wie alles so einen ungesunden Grünschein. Oh, was können die denn? Hat die Sporen... Oh, okay. Das hab ich letztens leider gar nicht gesehen, dass die so... Dass die so die Sporen... Oh, ja. Meine Herren. Wurden sie bitte? Nein. Verdammt, da war doch. Oh. Oh. Oh, ne. Oh, das kommt jetzt ja... Da kommt grad unruhig zu, der Typ. Ja, kritische Schaden. Bin mir leider auch. Oh, hallo Freunde. Okay, kann weitergehen. Endlich. Okay, die sind zugegebenermaßen etwas einfacher geworden, seit ich ein bisschen Taktik dafür entwickelt hab. Woherum er wiege eigentlich den Plan er hat und warum hatte ich eben so wenig Fassmann-Positionen während dieses Kampfes? Hier liegt überall hier rum. Also, okay. Ähm. Jetzt gibt's hier nix, ne? Okay, gut. Hab ich erfolgreich den Kampf bestanden? Na denn, äh... Das ist ja weh, der Wartungsnüge. Warnung, BFG 10.000 waren abgefeuert. Oh. Ne? Wir gehen erstmal in die andere Richtung auf jeden Fall. Das ist ja so klar, dass wenn das Level-Design zwei Richtungen hat, dann kann ich mich die nächste Tür aufmachen. Haha. So, zack. Warnung, BFG 10.000 waren abgefeuert. Oh. Wollte grad sagen, das ist ganz schön weit. Na gut, also muss die einfach nur fallen lassen. Oh. Ähä. Das sieht ja schon wieder so nach Rätsel-Spaß aus. Energy-Fuse ist bestimmt... Was sind das jetzt hinten? Ne, das sind einfach nur... Ähä. Oh, Automap. Die nehmen wir mit. Warte, Moment, Moment. Sorry, sorry, sorry. Oh. Jetzt hätte ich ja beinahe meinen Einsatz verpasst. Ich höre mal beim Arbeiten den Google-Tournel-Soundtrack. Da kommen mir die ganzen Lieder grad so richtig schön bekannt vor. So, dann mache ich hier ein Händchen. Achso. Ich habe hier einzelne... Ah. Achso, verstehe. Und ich will wahrscheinlich da hoch. Na gut, dann... Ähm. Okay. Kann ich hier einfach reinfahren? Solltest du einfach sein. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier auf die Dinger draufspringen, ne? Gibt's in diesem Raum noch was zu entdecken? Ähm. Na ja, da vorne gibt's noch noch ein Ding. So was kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Gut, das ist... Also dieses eine Automap-Upgrade, was man leveln kann, das ist eigentlich richtiger Quatsch. Wir finden in den meisten Levels die Automaps so schnell, man kann nicht wirklich dran vorbeilaufen. So. Wir haben einen neuen Text. Das ist eigentlich viel besser als das andere hier. Codex. Äh. BFG 1000. Gucken wir uns einfach das Bild an. Na gut, ist nicht so doll. Wege der Anantrag. Ursprünglich hat es Bergwerk und Kommunikationsstation gegründet, wo die USC-Außenposten auf Phobos sofort nach der Störung der Argenteinrichtung auf dem Mars erweitert. Das USC-Direktorium wollte seinen alleinigen Anspruch auf den roten Planeten und den umgebenden Raum aufrechterhalten und befahl die Konstruktion einer ausgedehnten Verteidigungsplattform. Und auf Verwendung von Technologie aus der Entwicklung der BFG 9000 fasst man den Plan, eine gewaltige Partikelkanone auf dem Mars und kreisende Mond zu errichten. Die BFG 10.000 ist die größte Waffenplattform, die der Mensch jemals konzipiert hat und besitzt genug Feuerkraft, um sich gegen die fortschrittlichen FDA-Großklassenkreuze zu verteidigen oder gegen eine eventuelle dämonische Bedrohung aus dem All. Also FDA ist Fast as a Night. Aber welche groß krassen? Kreuzer. Oh ne. Nicht tot? Hm. Oh, was war denn das hier gerade eigentlich? Herausforderung? Zerstöre drei Arme... Au, oh, 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 Mannkommun. Töte 40 Dämonen mit einer sehr fetten Waffe. Na, ich ahne, dass ich die BFG in diesem Level finde. Würde ich mal vermuten. Gibt's hier noch was? Ne. Lohne ist eine Arena, die auf mich zukommt. Na gut, das ist okay. Es gibt Leiter in diesem Spiel. Diese Kontrollkapsel wird die Energiequelle der BFG 10.000. Ich schicke sie jetzt ab. Ich trage dir noch elf, hier. Du musst... Aha! Oha! Oha! Auch gut, ist er eben noch. So ein Planeter ist ja nicht grad dran. Haltens! Es war das jetzt eine UC-Einrichtung oder eine ARC-Einrichtung? Oh, BFG 9000. Die BFG kennt die meisten mit einem Einschusszütteln. Wenn wir gewaltigen, dann drücken wir auf 1. Niemand! Möchte hier noch jemand kommen? Also Samuel hat gerade noch was gesagt, aber ich habe kein Wort verstanden. Ah, guck mal, wir sind immer extra markiert, die Dinger. Wo muss ich aber die... Nein! Die kriegen das wieder raus. Liegt das wieder auf einer Un-Extra-Taste? Ah, auf der 8. Okay. Ich ahne schon Schlimmstes. Bei dem, ähm... In der 6. lag das so Un-E-Oh. Mit den Fluchtkapseln der Einrichtung solltest du zum Mars-Kern gelangen. Doch von hier aus können wir sie nicht erreichen. Wo ist jetzt eigentlich alles so kaputt? Nur wirklich die komische... Ach so! Oh! Das sind die Bestandteile des Planeten! Ähm... Guck mal, wir haben endlich wieder ein bisschen Mars. Ich habe ihn schon lange vermisst, ne? Den guten Mars. Er hat übrigens schon lange nicht mehr diese... Diese... Sind das Maßeinrichtungen? Ja wahrscheinlich, oder? Oha! Also die BFG 100, äh... 10.000 auf die... Oh fuck! Ich werde wohl stürzen. Ich werde wohl stürzen. Muss glaube ich... Ach so! Heh! So... Das Ding ist wie dieses BFG... Ich finde, das hätte ich ja schon gerne, aber... Das würde wahrscheinlich nix, wenn ich hier auf 3 Zombies schießen, ne? Oh, ein Secret. Nice. Aber ich bin nicht hingekommen. Hm... Mist. Was sagt meine Automap dazu? Meine Automap sagt, dass ich den kompletten Weg riesen herumlaufen muss. Ah, toll. Na gut. Dann machen wir das mal. Hallo mein Freund. Ich muss dich mal kurz... Wir haben jetzt die Munition abzugeben. Danke! Alte! Was ist das für ein Geschütz? Ist das schon ein kleineres BFG-Geschütz? Da wäscht ich dich. Höllen tut ihm... Oh ne! Häähähähäh! Verwinden sie jetzt die Jungenkörbholt. Achja. Ist das scheiße in der Todung. Achtung! Wo hab ich denn meine BFG hier? Will ich die wirklich benutzen? Ach komm. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Ich sieh mal nicht an, dass ich BFG Munition aus den Leichen von dem Typen bekomme. Ups. Oh fuck. Oh. Das kommt doch immer noch zu den Raketen. Man muss ja nie mehr eine Plasma-Kanone. Da! Ich bin überrascht, wie schnell ich mittlerweile bin. den scheiß Lander beim Einsatz hab, ne? Halber. Absolute Munitionsverschwendung, ich weiß. Ich glaub ich krieg noch mehr BFG Munition. Was für das mit den Archiven geht lang ganz schwierig. Äh. Moment. Entschuldigung. Ah, bestimmt. Wie fehlen wir denn noch für die Herausforderung? Zehn. Na gut, dann müssen wir mal einen guten Moment abwarten. Vielleicht seh ich ja wieder so ne Zombie-Orden. Und dann muss ich das... Ich dachte erst die Portale finden ganz woanders hin hier. Oh nein! Nein! Oh nein! Da unten ist so ne scheiß Challenge. Ich hab die BFG nicht mehr. Och man. Das ist jetzt doof. Das macht das natürlich erheblich schwerer, ne? Wenn man so nen Scheiß nicht hat. Na gut, dann springen wir mal runter. Das andere liegt noch nur einen Schuss BFG unten rum. Aber ach man. Vielleicht ist das ja ne Challenge, wo die Gegner einen nach dem anderen auftauchen. Aber ansonsten ist halt... Ach Mist. Ach so Leute, das ist doch der Gang hier unten wo ich so rumklettern wollte, ne? Äh. Na genau, ich bin auf Cross. Echt das ist ein Fahrstuhl? Ich hoffe ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Naja. Okay. Gut. Also hier muss ich drücken. Gut. Trawler. Na gut. So. Judy. Ähm. Ähm. Bist du ja die Judenkanonen schon... Ich komm hier wieder runter? Ich komm hier sowieso nicht wieder runter. Das heißt natürlich, hier gehen beide Sachen, oder? Doch. Ich komm wieder runter. Sehr gut. Obwohl ich natürlich nicht ganz sehe wie ich mit meinen erbärmlichen Munitionsvorräten hier irgendwas totkriegen soll. Weiß nicht. So 48 Schuss Laserkniffte ist jetzt nicht so unendlich viel, ne? Warum machen wir das hier da in diesem Dinges? Wahrscheinlich muss ich hier außenrum springen, oder? Ah. Sieht so aus, ja. Jaja. Und hier ist ein auffälliges Loch nach draußen. Oh. Oder hier. Hm. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen Muni. Aber okay. BFG. Ich ahne, dass ich es verkackt habe. Weil ich das Ding ein bisschen gierig benutze. Aber ich dachte, das ist mir eigentlich jetzt alles egal. Ja. Oh. 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 Das war ja einfach. Das war ja wirklich die einfachste Herausforderung. Gut. Ich darf ja nicht die Biotip benutzen. Das hätte ich ja bitterlich bereut. Also das ist im Vergleich zu anderen Sachen, wo ich mich übel gestresst habe für das Zeug. Oh. Oh. Und dann dafür. Oh. Oh. Das ist gut, oder? So, ich habe jetzt einen Reden-Arbeider. Bis zum nächsten Mal.